was waren das kraftvolle kommen wir hier grüppelschwer weg ach so ich weiß was ja hallo ok ich sehe es schon nicht ganz gleich an das ist die Först aber ich bitte die Jungs die Lüge die das war die die und deine oma verprügeln was ist das für AHHHHH ich glaube wirklich das ist ein Endless Spawn ich meine ich glaube schon oder die Kleister Schmierer aus der Ringgasse die kleinen Arschlöcher die kleinen Scheißviechern kommen jetzt nur noch kandet sein ich Wesen doch nein ich würde sagen ich würde sagen A hier kann man farmen wie ein Tier ich geh weiter und scheiß auf die Wechsel ja ich geh weiter halt die Fresse Endless Spawn wo steht da ein Kopf in der Tür ey ja hallo Frau Meier aufmachen ja so erstmal clean an der Ruhe ich bin immer noch ultra blutig das hat mir nicht der Alter verpistelt ich kämpfe nur noch gegen die die richtigen Hunde gegen die Korps hier halt die Fresse die hier ist so mies dunkel dass sogar meine Taschenlampe ausgegangen ist ja Uppsala ach genau sie taunt den Holt na wie gehts er kriegt erstmal drei Bisse in die Wampe ok ok da taunt man also alter wieso verliere ich grad so viel Leben mit jedem es geht was ist los hab ich nicht eben eine Map gesehen irgendwo genau ah ja ohne Kugeln lässt sich's gut schießen was macht die Schmerzen was macht die Schmerzen was macht die Schmerzen ich geh erstmal hier in den schönen Rücken das kann auch entzücken was ist das äh it won't open hmmm looks like i need to find a key first hmmm Lass uns einen Schlüssel suchen Herbert wo ist Herbert wo ist Dave wo ist Dave Suche Dave Dave hat den Schlüssel hehehehe Stütten wir schnell er verfolgt mich na 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 halst es noch der andere kommt zu wenn man nicht mehr ich habe keine Ahnung was die das braucht jedes Videospiel erstmal dumm winken dafür dass man auf den Knopf belegt nicht, dass es hier weiter geht ich habe gesagt also Frechheit das ist mein Ziel dann nicht auch so eine Sache die mir mal jemand mal sagen müsste ich weiß es ja nicht nicht dass hier die Scheiße also ich weiß ja dass meine Parts sowieso nicht komplett oder gern anguckt werden das sehe ich nämlich an der durchschnittlichen Wiedergabendauer ein kleiner Liebling hat er getötetet aber wenn ich nur sagen würde man kann es ja trotzdem irgendwie annehmbar oder genießbar machen oder so ein bisschen erträglicher indem man zum Beispiel sagt spiel einfach die Scheiße schnell durch ich find's geil ich will die Story sehen oder man sagt tu die ganze Kacke erkunden ich will alles weil das sind diese zwei Optionen die quasi da sind also ich glaube jetzt gerade in diesem Moment dass dieser ganze Weg zurück hier ja ich zeige auf meinem Monitor das sieht jeder dass das nur alter Shit ist und ich nichts mehr dass ich nichts interessantes mehr finde wow ich kann zoomen ich bin und ja also ich glaube wie gesagt hier geht es echt nicht so du bist ein Zombie warum atmest du Stück Scheiße das ist mal so das war der logischste Kick auf der Welt ernsthaft oh weißt du was Scheiße oh wie ich's hasse ich wusste noch genau Alter steht wow die aufsteht ich wusste noch genau dass das damals auch ein Problem war wenn man diesen die nämlich den Knopf gedrückt hat für schlagen aber wollte diese Combo machen guck da mach die weil dann wenn man man macht hier man drückt ja zwei Knöpfe quasi wenn man aber den Schlagknopf ein bisschen vorher drückt das schlägt zu aber macht eine Art vor Ort jetzt kommt so die Gini ist also heißt es wird auch B wie du findet was was also ich habe verstanden die Krufe und die Krufe die auf die auf die auf sollen ja wieder hoch und mit nur genau so sich aus dem Strasse ein Zocken 1 zu 1 die Schlampe die 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 Spielmacher haben nicht mies gestorben dann hier so, ne? Nochmal den Raum. Ja, nur Farben, wie ich wusste es. Ich weiß gar nicht, ob Saki überhaupt jetzt hinterherkommt vom Farben. Die müsste Level 2 sein oder so. Nein, so schlimm nicht, aber Saki spiele ich nicht mehr, ich weiß nicht. Ich mein, wenn die Entscheidung ist zwischen Taya und Saki, ne? Also ich persönlich, ja, kann da schlecht Nein sein zu Taya. Ich find die halt... Nein, nicht nur sexuell attraktiver, ich find die viel geiler vom Kampfstil. Die Saki geht mir irgendwie auf die Nüsse, die hier hat das kann viel cooler kämpfen, hat zu Kicks und so. Und, ähm, Anna muss sowieso mit ins Boot, ich mein, die kann schießen, und das ist geil. Das ist geil. Hm. Ja, mehr als Unsinn kann ich schlecht machen, wahr? Ach du Scheiß, das ist ein Farb. Halte die Wölfe! Das ist nur noch die Fresse, Saki, dann fehlt mir den Reim. Hier, die gute Frau braucht jetzt erstmal was zu fressen, hier. Erstmal Rohdiamant reingepfiffen, das macht die Szene sauber. Das ist geil. Ey, ich weiß, dass ich mal genau hier gespielt habe. Ein Part beendet, beziehungsweise rüber nach. Was ich noch alles weiß, das macht mich ganz schön Scheiß. Ohne Schweif. Vollkreis. Ja, ich, ne. Also ich weiß, okay, ich weiß ja. Ich würde sagen, wie gesagt, ich glaube, hier gibt es nicht mehr, ich muss jetzt einfach nur ausrasten und dann ziehen. Gleich hin auf dem Boden, knabbern an den... jeder weiß, was ich jetzt sagen will, kommt schon. Und, die kann... Und darum, Thajan Statsaki Sprung, Doppelsprung. Ich liebe diese Videospiellogik. Ich habe es als Kind immer versucht, ich dachte, was sowieso? Ne, ne. Ich kann mich nicht abstimmen, ich bin Kröppel. Und heute weiß ich, ich bin Kröppel. Nein, geht halt nicht, ne? So, ich... Weißt du was? Ich bleib' gerade so. Aber hier ist doch mein... Goal. Ach, leck mich doch. Leck mir die Füße. Und schick ihr Grüße. Ja, ich meine meine Füße. Ich sehe meine Füße so selten. Grüße meine Füße von mir. Und tu Wüße, du Gemüse. Was'n Rabe? Heute Schnauze. Hier gibt's kein Ungeziefer in meinem Garten. Raben sind Ungeziefer. Steht im Lexikon für... Ich sehe so viel Blut. Ich stand doch... Die Kettensäge, Alter. Wow, wer... Schon wieder diese Nierenschüsse, ja? Okay, jetzt reicht's. Du willst du... Ich hab' die Friesen. Ich hab' die Füße. Leck. Du lebst noch, du lebst noch. Da, da, die Schnauze. YOLO. Oh geil, wieder den Schlüssel in den Brüsten aufgenommen. Ach so, okay, okay. Dann muss ich jetzt wahrscheinlich, sag ich jetzt einfach mal, wieder runter. Kann ja sein. Ne? Ne? Ich mach's einfach mal. Ich weiß, dass ich schon wieder am sterben bin, aber ich bin halt schnell an dem Scheiß-Modus. Oh, fuck you, Billy, der hat mich mies getrollt. Fuck. Mann. Okay. Tatsächlich, okay. Ich hab' nie etwas gesagt. Es war schon okay. So, ich hab' nur meine Zeit verschwendet. Deswegen... ...hätt' ich das jetzt etwas beschleunigen, damit keiner vor Langeweile blutkotzt. Bis Kett... Ah, du hast noch nie ge... Ihr seid keine Menschen. Stirb. Warte, Leute. Ich bin am sterben. Yeah, das ist mies geil. Und ich bin... ...frei. Ah! Voll gegen die Wand ge... Oh, echt jetzt? Was? Da ist eine fucking Mauer. Schnauze, Schnauze, Eidonke, fuck, shut the fuck up, YOLO, die Fresse, der Buchensohn. Motherfucker, denkelig. Fick dich, befiss ich. Ich weiß jetzt nicht, ob ich sterbe. Ohne Scheiß. Weil ich hab' ja noch diese Blauen da. Okay, die Blauen gehen zuerst weg, dann das gut heißt. Provozieren ein bisschen die Lebensanzeige. Service System Key. Territory will be used. Pussied? Nein. Schlüssel wirft man in die Ecke, das weiß doch nicht. Okay, erstmal wieder erkunden. Und unten. Alles klar, nur ein Gegner. Nicht im Ernst, oder? Ich dachte, die hätte noch dieses Blaue da. Hallo, ich will ein Rewive. Kann ich die jetzt... Ohne Scheiß, ich könnte gerade so ausrasten. Ich hatte nur einen von diesen Dingern und... Ohne Scheiß, ich könnte... Geil. Geil. Da kommt man hin mit seinem... You only live once. Es sei denn, du hast nur Rewive-Stone. Auch das ist... Sieh doch schon wieder aus wie so ein Raum des endlosen Kampfes und Krampfes. Nein, ich will... Oh, die Schnurze. Ah, die ist kurz vorm Level ab, dann Level abhe ich die noch und dann spiele ich wieder nur noch Anna, weil die muss man mitkommen im Level. Die Anna schlägt die Hannah nach Shiva... Nach, 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 äh... Montana... Mit... Krawalla... Für die Savanna... Mit... Arsch. Dies hat sich nicht gereimt. Halt die Schnauze. Ich hab zwei Meter schwer, weil ich kam dir in die Fretze. Yeah, ich muss mich erst mal umdrehen. Yeah, hab ich nicht gefressen. Ach, zu Scheiße. Oh, die Säge. Halt die Fresse, halt die Fresse, halt die Fresse. Scheiß, die Bies, halt das Maul. Xp sammeln. Okay. Ich wünsche dir 21, 21, ja. Vier Punkte? Ach, du Scheiße. Ich will mal wissen, was passiert, wenn ich jetzt so skilled up bin. Okay. Hey, ich zeig dir Zaubertrick. Boom, kriegst du Fuß. Nee, ich kann so nicht mehr spielen ohne Scheiße. Ich meine, ich schon. Ich kann das mit mir selber nicht vereinbaren. Ich weiß nicht. Das war mein Goldfecht mal wieder, der einfach mal umgebrüllt hat. Wie gesagt, ich würde niemals... Ich lade alles nach, weil ich denke, das müsste... Fuck you, sir? Gab's nicht sogar einen Knopf, womit die sich so instant umgedreht hat. Ich erkunde deine Wunde, denn du bist ne kleine Tunde. Hey! Das war der erste Reim, den ich gut fand. Was passiert? Was? 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 Hey, wie macht... Natürlich weiß ich jetzt die Rolle wieder nicht. Das gibt's doch nicht. Ich mach als die Rolle? Das gibt's echt nicht, oder? Ja, nee, ne? Ja, ich hätte jetzt auch, äh... Ne? Also... Aber sonst alles ist okay, oder was, ihr Krankenwicker? Ohne Scheiße, manchmal könnt ich euch voll mit Kramaten bewerten. Kresse. Na, nicht wieder so ein Köter, ey. Komm mal klar, man, lusch weniger Bonbons, du Kacke. Würft ihr auch mal die Scheiße jetzt? Also...